Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von BROTHERS Gut, was ist da irgendwas? Gut, wird eh eher das gleiche machen müssen Das war's für mich, wenn ich mich nicht in der Lage bin und ich mich nicht in der Lage bin So. Ups. So, tun wir gut da rauf. So. 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 Ich weiß zwar nicht, ob ich dieses Rohr wirklich brauche, aber ich gehe einfach mal davon aus. Besser gesagt, braucht man sowas dann immer. Perfekt. So. 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 da hmm ja wir müssen darüber, das habe ich schon überrissen, aber ich bin mir ganz sicher, dass irgendwas damit zu tun ja da da rüber hmmm wartet mal ja, ich bin auch ein Drittel so dass es vielleicht so gehen könnte, daran habe ich natürlich nicht gedacht gehabt, perfekt so klar, der kommt da her, der Krossi kommt da her, jetzt drehen wir alles ach ich packe das nicht, wenn der der rechte Stick, also der rechte Stick ist der kleine, der linke Stick ist der große und wenn die da am Bildschirm genau gegengleich sind, ist das ganz ganz schrecklich für mich ja 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 So, ich behaupte, das ist, ok, aber na, wir schauen jetzt trotzdem nochmal da runter, da kann man dann fix irgendwas machen. So, 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 so. So, so, gut egal, wahrscheinlich hätte man einen Fisch fangen können oder so ist mir jetzt zu blöd machen wir dort weiter wo ich eigentlich dachte dass wir hier hin müssen und das ist hier so oh Oh, okay. Oh, okay. Oh, pretty cool. So. So. Und schon sind wir wieder gemeinsam unterwegs. Oh, okay. Hey! Hey! Oh, okay. So. Oh. 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 Oh, das ist die Trollfrau. Ich schätze mal von dem Troll, der uns vorher geholfen hat. Gut. Wie wir die befreien, schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Und ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und Baba. Oh.